Wie können wir mit einfachen Mitteln ein Gerät bauen, das tauchen, schwimmen oder schweben kann? Wir verwenden dazu einfach einen Strohhalm, eine Büroklammer und ein Stück Knetmasse. Die Dichte dieses kathesischen Tauchers ist etwas geringer als die von Wasser. Gibt man den kathesischen Taucher in die Flasche, so schwimmt er deshalb an der Oberfläche. Sobald Druck auf die Flasche ausgeübt wird, sinkt der Taucher nach unten. Da sich die Gewichtskraft des Tauchers nicht ändert, muss sich seine Auftriebskraft verändert haben. Der Bogen des Strohhalms ist mit Luft gefüllt. Die Moleküle von Stoffen im festen oder flüssigen Zustand sind viel dichter gepackt als im gasförmigen Zustand. Daher ist die Dichte von Flüssigkeiten viel größer als die Dichte von Gasen. Das bedeutet, dass pro Volumeneinheit weniger Moleküle in einem Gas als im flüssigen Zustand enthalten sind. Da sich zwischen Gasmolekülen, wie zum Beispiel der Luft im Strohhalm, größere Freiräume befinden, lässt sich das Gas leichter komprimieren als eine Flüssigkeit. Wirkt eine Kraft auf die Flasche, so erhöht sich der Druck im Inneren der Flasche. Die Wassermoleküle geben den Druck an die Luftblase im Taucher weiter. Diese wird dadurch komprimiert und verkleinert sich. Durch das nachströmende Wasser nimmt die Dichte des Tauchers zu. Sobald die Gesamtdichte des Tauchers größer als die Wasserdichte ist, beginnt er abzusinken. Sind die Dichte des Tauchers und des Wassers, das ihn umgibt, gleich groß, so schwebt der Taucher im Wasser. U-Boote funktionieren nach demselben Prinzip. Durch Füllen der Ballasttanks mit Wasser wird die Dichte erhöht und das U-Boot sinkt. Um wieder aufzutauchen, wird mit Hilfe von Pressluft das Wasser aus den Ballasttanks gepresst. Dadurch wird die Dichte wieder verkleinert und das U-Boot taucht wieder auf. Dichte der Dichte des Tauchers und die Dichte des Tauchers.